52 Jahre alt und nicht nur immer noch am Leben, sondern sogar noch immer aktiv. Kaum ein Extrembergsteiger kann das von sich behaupten. Um einen der wenigen, die sich auch noch kurz vor der alpinistischen Pension jedes Jahr aufs Neue übertreffen wollen, geht es heute bei Legenden im Porträt, Alexander Huber. Alexander Huber wird am 30. Dezember in Trostberg in Bayern geboren. Hier lernt der Jüngere, der zwei später selbsternannten Huber-Burm, schnell, was es bedeutet, in einer alpinistischen Familie aufzuwachsen. Schon der Vater war ein erfolgreicher und begeisterter Bergsteiger, vor allem in den Westalpen. Und Alexander und Thomas, sein Bruder, durften vom Meister lernen und bestiegen schon in ihrer Kindheit und Jugend etliche Dreitausender und um die 30 Viertausender in den Westalpen. Wenn das mal kein perfekter Nährboden für einen absoluten Ausnahme-Alpinisten sein kann. Und Alexander und sein Bruder haben diese Chance auch genutzt. In ihrer Jugend haben sie sich erstmals als eigenständige Seilschaft etabliert und sind gemeinsam in den Lohfererbergen, in den österreichischen Alpen und in der weiteren Umgebung unterwegs gewesen, um selbst erste Klettererfahrungen ganz selbstständig als junge und dynamische Seilschaft zu machen. Nachdem er 1992 die Prüfung zum staatlich geprüften Bergführer absolvierte, konzentrierte er sich weiter auf das Klettern. Denn im selben Jahr noch gelang ihm die erste Begehung der Route um. Was daran so besonders war, sie war nach Action Direct im Frankenjura die erst zweite Route überhaupt, die mit dem Schwierigkeitsgrad 9a bewertet wurde. Und weil Alexander das Klettern liebte, setzte er weiterhin den Fokus darauf, was sich schon zwei Jahre später erneut bezahlen machen würde. Mit der Erstbegehung der Route Weiße Rose beim Schleierwasserfall konnte er erneut seine außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Weil das Klettern allein aber noch keinen Blumentopf gewinnt, war Alexander auch anderweitig beschäftigt. Er hat sich nebst Klettern und Training zum diplomierten Physiker ausgebildet und dieses Diplom 1997 entsprechend erhalten. Ob er sein physikalisches bisschen jemals wieder eingesetzt hat, das sei dahingestellt. Sein Geld damit verdienen musste er jedenfalls bis heute nicht. Denn Alexander Huber konnte nicht nur klettern, er konnte auch präsentieren. Und dieses Talent ermöglicht ihm, sein Leben mit spannenden Vorträgen zu finanzieren, die er bis heute noch hält. Doch 1997 wurde er nicht nur offiziell zum Physiker, sondern er versuchte sich auch erstmals an den ganz großen und besonders schweren Bergen der Welt. Es ging für ihn auf eine Expedition nach Pakistan. Genauer gesagt zum Latok II. und dessen völlig undurchstiegender Westwand. Wenn jemand alpinistische Kletterei am obersten Limit mit den Höhen und Herausforderungen der höchsten Gebirge der Welt verbinden könnte, dann war es Alexander Huber. Und ein Meilenstein war ihm mit diesem Projekt zwar alles andere als geschenkt, aber geschafft hat er es. Zusammen mit seinem Bruder Thomas, Tony Gutsch und dem berühmten Conrad Anker gelang ihm die erste Begehung des 7108 Meter hohen Latok II. Nachdem er 1997 Blut geleckt hatte, hat er sich dazu entschieden, 1998 auch den ersten 8000er, den Chou-Oyu, zu besteigen. Und auch dieser gelang ihm. Immer wieder sprang er in den kommenden Jahren zwischen den großen Bergen des Himalajas und den spannenden Kletterprojekten der Alpen bzw. des Yosemite Valleys hin und her. Seine Liste von erfolgreichen Besteigungen geht ins Endlose. Doch definitiv erwähnenswert in den frühen 2000ern war auch seine Geschichte mit seinem Bruder Thomas am El Capitan. Mit dem hatten die beiden nämlich stets ein besonderes Hühnchen zu rupfen, weil der El Capitan für sie eine Art Messlatte darstellte, die man immer weiter höher schieben kann. Und so probierten sie das auf nahezu jeder Route am El Cap. Berühmt wurden sie hier mit ihren Rotpunktbegehungen. Das bedeutet, eine Route von Anfang bis Ende sturzfrei zu absolvieren. Das gelang ihnen mit der El Nino, der Salathe Wall und der Route Freerider. Und gerade letztere war etwas Besonderes. Denn es war das erste Mal, dass eine Route am El Capitan an nur einem einzigen Tag Rotpunkt durchstiegen werden konnte. Meilsteine sammeln, das kann Alexander Huber. Die meisten dieser El Cap-Erfolge feierte er aber mit seinem wohl besten Seilschaftspartner, seinem Bruder Thomas. Und auch in Europa wurde ihm nicht langweilig. An der Nordseite der westlichen Zinne schaffte er es im Jahr 2000, eine neue Route im Schwierigkeitsgrad 7b A4 anzulegen. Und nur ein Jahr später erkletterte er sie ohne technische Hilfe Rotpunkt. Also ohne die Zuhilfenahme von Strickleitern und Co. Damit wurde sie im Schwierigkeitsgrad 8c bewertet. Und diese Route wird bis heute unfassbar selten wiederholt. Was Alexander Huber neben all seinen Erfolgen in der regulären Kletterei berühmt gemacht hat, war sein Free-Solo-Klettern. Er war generell immer schon so, dass man Alexander aufgrund seiner unglaublichen Allround-Fähigkeiten bewundern konnte. Er ist Alpinist, aber er ist auch irgendwo purer Kletterer. Er ist nirgends der Allerbeste der Welt, aber kaum jemand kann auf so vielen verschiedenen Ebenen unter den vielleicht Top 20 in jeder Disziplin mithalten. Und das schon seit Jahrzehnten. Free-Solo gelang ihm 2002 sehr medienwirksam, die Durchsteigung der Hasse Brandler Diretissima an der großen Zinne, welche extrem exponiert und unglaublich lang ist. Zwei Jahre darauf gelang ihm die erste Free-Solo-Durchsteigung der Route Kommunist im Schwierigkeitsgrad 8b+. Gefühlt hat sich Alexander Huber jedes Jahr selbst übertroffen. Und selbst heute, wo es im Vergleich zu den frühen 2000ern ruhiger angeht, setzt er Projekte weit über der durchschnittlichen Schwierigkeitsgrade eines Alpinisten um. Und sich zu vermarkten und das Talent auch in greifbare Form zu bringen, das sind Talente, die Alexander Huber bis heute nutzt. Er schrieb teilweise zusammen mit seinem Bruder Thomas diverse Bücher und drehte auch Filme. Es wurden auch schon diverse Filme, Reportagen und Dokumentationen über Alexander Huber produziert. Er hat diese besondere Gabe mit einer unglaublichen Ruhe und Entspanntheit die wohl angespanntesten Situationen des Lebens zu beschreiben und zu vermitteln. Wahrscheinlich deshalb, weil es für ihn über die Jahrzehnte kaum noch so anspannend ist wie für die meisten seiner Leser, Zuhörer und Zuseher. Deshalb und für seine unzähligen alpinistischen Leistungen wurde er 2008 mit dem Bayerischen Sportpreis, 2010 mit der Bayerischen Staatsmedaille und 2017 auch mit dem Paul-Preuss-Preis ausgezeichnet. Heute klettert Alexander immer noch diverse Routen im oberen achten französischen Grat, ist immer noch auf Reisen, plant immer noch Projekte und verbringt jetzt auch wahrscheinlich schon mehr Zeit mit der Familie und seinen Schafen. Immer wieder ein großartiges Beispiel dafür, was man im Alpinismus mit viel Verstand, Ruhe, Konzentration, Fokus und Training erreichen kann. Alexander Huber, wir wünschen dir noch eine wunderschöne Lebenszeit, coole Projekte, egal ob sie in den höchsten Bergen der Welt stattfinden oder auf deinem eigenen Hof.